so wieder zurück zu jurassic world evolution auf isla muerta und wir haben schon wieder zwei tote dinosaurier einmal ankylosaurus und einmal studio muss glaube ich so also ich habe jetzt aber ein anderes problem ich habe hier die diplodocus drin der den ich kurz umsiedeln muss weil es kommt die anscheinend noch ein anderes tier deswegen gehe ich jetzt mal nach hinten hier hier habe ich ja noch echt viel fläche und ich brauche jetzt echt ein riesen gehege für das tier ich hoffe es bricht jetzt nicht wieder was brechen jetzt nicht wieder alle gleich aus was haben wir hier eigentlich noch ach ja ein eisen ein ein schienenbahnstation ok cool ich komme hier einfach gar nicht dazu momentan zu dem zeugs man darf einfach keine fleischfresser machen aber da ist halt auch langweilig okay ich ziehe jetzt hier mal ein gehege schwerer stahlzaun oops so Hm. Reicht das schon? Ach, kann hier noch. Ähm. Weiter gehen. So. Das können wir gleich so lassen. Wir bauen nur Wasser drin. Alles andere bleibt mal, wie es ist. Jetzt hat er es wieder so erhöht. Das gefällt mir nicht. Ach, Mann. Nein. Gott. So. 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 Das mit dem Wasser, das geht mir echt auf den Keks, dass das immer so erhöht wird. So. 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 . So. 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 Der ist zum Glück langsam. Zum Glück hat das keinen Einfluss auf die Mission. So. Muss ich kurz den Zaun noch reparieren. Boah. Was machen die Menschen jetzt da drinnen, ey? Wer hat gesagt, ihr sollt hier reinlaufen. Oh Gott. Jetzt kann ich es wieder nicht machen, weil mir immer was dazwischen kommt. Sie sind jetzt weg. Also geht doch. So. Gut, jetzt kann er kommen. Was für ein Riesentier, ey. Da bricht er einfach aus. Zum Glück ist der so langsam. Muss ich diese brennenden Gebäude irgendwann einfach mal ersetzen? Oder ich kann die ja nicht reparieren. Das war das gleiche mit dem Hammond Entwicklungslabor. Was für ein Riesentier, ey. 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 Na Mädchen, jetzt geht's dir gut, oder? Kriegst du auch noch einen Namen? So, geht's dir gut? Wasser, Nahrung, Geborgenheit, geh nach oben, das ist gut. Der Diplodocus, ja, komme. Jetzt mach's ich doch kurz, ich kann das kurz nachher dann noch lesen. Jetzt machen wir den nächsten, das nächste kranke Tier. Die Fleischfresser sind gerade brav, es bricht keiner aus. Was ist das für ein Tier? Ein Fleischfresser, oder was? Nein, es ist ein Fleischfresser, verdammt nochmal, nein! Mal ein kleiner. Der hat dasselbe, ne? Okay, ich betäub den mal. Dann macht der mir keine Schwierigkeiten. Die kann ich jetzt gar nicht gebrauchen. Kontakt hergestellt. Bestätige Aufgabe. Ich hoffe, der ertrinkt jetzt nicht. Jetzt will ich mal sehen, wie die hier durchfahren. Die fahren einfach. Sollte ich vielleicht auch machen. So, wer ist... Ja, der ist krank, aber sonst... ...sieht's eigentlich gut aus. Was macht Julia hier? Heckt sie wieder was aus? Sieht so aus. Sie brauchen vielleicht noch jemanden. Ach, das war's. Okay. Wir können sie nicht nur zum Leben erwecken, wir können sie auch heilen. Ich habe die neuesten Laborberichte und unser Dino ist geheilt. Krankheitsfrei. Job erfolgreich erledigt. Forschungsteam Bravo ist verfügbar. Was ist Forschungsteam Bravo? So, was mache ich jetzt mit dem? Ich bräuchte eigentlich noch ein... ...ein neues Gehege für ihn eigentlich. Er trinkt nicht. Okay, das ist gut. Dann baue ich dem noch ein Gehege. Aber wo? Vielleicht gleich hier bei den anderen Fleischfressern. Nee. Hier rein, aber der bringt hier wahrscheinlich auch. Ich mache ihm ein neues. Oder ich lasse ihn sterben. Ja, so viel Platz habe ich jetzt nicht mehr, weil ich hier so ein Riesenteil habe. Hier vielleicht. Oder ich versuche es mal bei den, ähm, die Lophosaurien. Mal schauen, ob das geht und sonst, ähm, siedle ich die dann um. Äh, falsch. Anfrage zur Produktabholung erhalten. Mal schauen, ob das geht. Oder ob er die gleich umbringt. So, ich habe eigentlich jetzt nur noch die Sicherheitssachen zu tun. Alles andere hat sich erledigt auf dieser Insel. Zwei Missionen abgeschlossen. Eine bleibt noch offen. Aber was ist jetzt das, ähm, das Forschungsteam Bravo? Weiß ich nicht, was das ist. Forschungsteam Bravo. Ein zusätzliches Forschungsteam, das an... Ah, okay. Das ist ein zusätzlicher... Das kann ich wahrscheinlich zwei, ähm, die kann ich aber hier nicht auswisten. Aber jetzt kann ich wahrscheinlich zwei Forschungsziele gleichzeitig erreichen. Oder an zwei Sachen gleichzeitig arbeiten. So, jetzt bin ich gespannt, ob das hier funktioniert. Ich mache mal noch einen Velociraptor. Damit die gleich zusammen alle ausbrechen. Mit einer anderen Farbe vielleicht mal. Wiesenmuster, Alpimmuster. Und dann tatsächlich mal noch so einen hier. Bei dem kann ich... Kann ich bei dem was anwenden überhaupt? Dann wollte ich noch beim Diplodocus schauen, ob es dem gut geht. Ich glaube aber schon. So, geht das hier oder geht das nicht? Ist das Gehege zu klein? Ja. Da bringt die um, oder? Scheint irgendwie zu klappen, aber er fühlt sich ja nicht wohl. Dann siedle ich die Kleinen oben, glaube ich. Und gebe ihm hier noch ein bisschen mehr Grasland. Warte. Und klein nehme ich weg. Ich bringe die hier hin. Ich mache jetzt einen Elektrozaun. Und wenn es nicht geht, werde ich ihn ersetzen. Ich bin nicht mehr, will ich mich denn, wie ich dir noch als Arte gut verle düşün bahwa. Wenn ich mich jetzt nicht mehr, kann ich wissen, bin ich mir mehr vor. Und bin ja. Und für eine große Storz. Und wenn die Storz. Na, jetzt kommt wieder ein Sturm. Wo ist der Strom ausgefangen? Hä? Ach, habe ich gar nicht. Sturm kommt? Okay. Und das hat er jetzt repariert. Okay, aber beim Ding, beim Hammond-Labor hat es letztes Mal nicht geklappt mit dem Reparieren. Speziell, okay. Ich mache hier mal weiter. Ich mache hier, wir fangen mit. Wichtig. Mein Kampf ist nicht. Ich habe hier. Ich habe hier. Ich habe hier, wir sagen, wir sind wieder. Ich darf nicht einfachen, aber ich werde. Danke, wunderbar. Ich hat hier. Das ist noch, jetzt. Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 So, ich hoffe das reicht hier von der Größe. Boah, ich habe keinen Überblick mehr. Natürlich, was soll auch sonst sein? Und wieder die Raptoren, natürlich. Nein, zum Glück habe ich noch einen dritten gemacht. Es sind sicher wieder irgendwelche Menschen noch nicht drinnen, oder? Natürlich, warum auch? Bestätigt. Anfrage bestätigt. Bitte begeben Sie sich zu Ihrer eigenen Sicherheit zum nächsten Schutzkampf. Was? 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 Das war's. Was? Bis zum nächsten Mal. Was? Es hat eine Frau mit einem? Was? Was ist das? Hat er schon beide bezeugt? Nicht schlecht. So, wer hat kein Futter mehr? Ah, hier. Gut. Hier baue ich Strom. Das ist eigentlich kein Problem. So. Die kann man ihm... Die lasse ich gleich so. Nur ein bisschen Wasser noch rein. Produkttransport beendet. Produkt transportiert. Jetzt ist es hier wieder so steil. Okay, dann mache ich die Wasserstelle woanders. Hier erhöht sich wieder alles. Hier vielleicht. Ja, hier geht's. So. Gut, gut. So ist okay. Wunderbar. Dann bringe ich die mal hier hin. Boah, die Zeit rennt so bei dem Spiel, ey. Nee, da muss ich zu weit. Die Zeit rennt in die Shayne. So. 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 So, Gehge ist fertig, oder? Ja, kann ich die jetzt umsiedeln? Damit mir der gelieferte Dino da ein eigenes Territorium hat.